hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu wikings war of clans es ist soweit endlich endlich wieder theory so also wir haben natürlich hier königreichs schlachtzorn alias theory unsere gegner gut dieser gegner hier orc order andsack knights denke ich mir mal ja gut sie haben noch nie in theory gewonnen auch ein sehr sehr kleiner clan also da die werden wohl auch auf dem letzten platz landen wir können uns ja mal eben ganz kurz die ersten vier mitglieder angucken ja okay ihr einfluss wenig kills also viel zu viel einfluss die leute also wenn der clan 7 t hat und die vier alleine schon wer diese fünf haben alleine schon 4,5 thema dann ist ja gut kein wunder dass sie die theories verloren haben aber diese zwei brecher bettel auf keine ahnung wie man das ausspricht aber bow 17 siege 0 niederlagen und auch hier united front 17 siege 0 niederlagen das wird ein verdammt hartes theory ich glaube so ein hartes theory hatten wir auch noch nie wir hatten bislang noch keine turmrunde wir hätten jetzt bei uns doppelte krieger töten was ziemlich blöde ist denn wir haben noch kein sh def 3 schade wäre jetzt eigentlich ideal aber das haben wir leider sehr oft als pech naja was soll's warten wir mal wie es wird warten wir mal ob wir in sieben minuten endlich die turmrunde bekommen und dann sehen wir einfach mal wie wir in diesem theory abschneiden egal wie was für gegner wir haben gegeben oder werden auch immer unser bestes geben wir wollen die charts wir wollen leute killen und einfach spaß haben also meine lieben viel spaß mit der weiteren folge und dann bis zum nächsten mal oder bis später ja gesagt seid ihr gut drauf die macht bitte attacke auf den ja wenn alle posten direkt hinterher schicken falls wir nicht schaffen das dauert ich bin nicht voll bitte dann beim nächsten mal warten ok auch nicht jetzt ist er weg so aber das doch unser ja doch unser ja super oh sehr gut drei sind da brennt schon oh hier die gehen auf mein ja warte ich poste dir den da eine attacke bitte wenn du so weit bist sag bitte bescheid ja die verstärken so kann losgehen go 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 ja sehr gut vierer sind schon da sehr gut hier ist auch versteckt wo ist sie denn ja die gehen alle da er ist weg und ich bin auch weg mein spiel ist abgestürzt also der obere ist es sind keine vierer mehr da bei mir was ich glaube 5er sind da hier ist verstärkt da ist gerade eine attacke ich bin voll schicklos ja keine chance das ist beim trug wieder ein bisschen jetzt geht sehr gut wir brauchen mehr als attacken wie viele sind wir denn zu viele ich komme nirgendwo rein dann spawn machte bitte auch noch auf auch jetzt jetzt mal wieder oder gary ans von beiden wenn gary dran ist dann gary bitte ich habe ich gerade beim pc abgemeldet ok danke das ist noch ein tor und da ich ne der ist auch schon weg noch einer? ah siebener sind da krass ah hier wird verstärkt den lasse ich erstmal links wird verstärkt ok ich sehe leider keinen gary auf welchen bist du? links, rechts, oben, unten? ich habe jetzt noch nichts wenn du auf einen verstärkten gehst bitte bescheid sagen und so dass wir da mehrere OSs drauf haben können weil jetzt können sie nachfüllen und das warum sonst deswegen die frage auf welchen du gehst links, rechts ja da habe ich ja eben gesagt dass er verstärkt wird so auf den linken mache ich jetzt auch nur OS wenn beide voll sind du wo bist du? ich komme auch dann schicken wir gleich gemeinsam das getritt los hast du gepostet links oben ja 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 so gary fängt los da ging einer fängt los ja sehr gut das war ich sauber jetzt sehe ich nichts ich hoffe den ersten, den zweiten, den dritten, falls keiner was sieht sind beides die selben? ja mach du, ich habe es gesehen schon und offen das leckt aber auch wie sauer das kann man doch wird verstärkt hier recht nicht gepostet das klicken angenommen wird da wird ordentlich verstärkt dann habe ich noch den anderen hier da gehen auch gerade welche hin gehst du auf denselben wie ich? ne ne, ich bin gerade noch auf den anderen der wird aber user disconnected from your channel scheiße, der wird es wurde ordentlich verstärkt dann warten wir mal eben ganz kurz ja, ich warte hier bei mir wo eine Attacke kommt dann ne, nicht die erste, nach der zweiten wo hat hä, ist er wo den Club verlassen? naja, kommen wahrscheinlich nirgends rein der Turm ist weg ok, dann warte ich, wo ist der? ja ich kann wieder meine Attacke nicht abschneiden das ist so zum kotzen im Moment gary, wo bleibt deine Attacke? gary? moment ok, ich bin soweit wir warten eben nochmal auf gary ja, ich war noch bei einem anderen mit drin also, als OS-Starter bitte eigene OS, das mag nicht irgendwo mit rein, weil ich frag mich schon die ganze Zeit wo du bist so, go go, 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 go fuck ah, jetzt die Kämpfe brauchen sehr lange will ich noch nirgends? es müssten neuner sein, ne? ja ich auch nicht ich hab Bo jetzt mal angefangen ich hab Bo jetzt mal angefangen wie ich sie leider immer noch da ist die erste das lief heute Mittag besser, ne? mit den Turmen jetzt ist auch eine Aktivität da offen Bo hat den Line geschrieben, hab ich gerade gesehen oh, was hat der denn geschrieben? ja, weiß ich auch nicht, aber ich hab's noch grad oben aufpoppen sehen bei mir machen wir nachher jetzt erstmal konzentrieren, bitte oh, war das unser? ach scheiße, der Gegner war eine Sekunde vorher da fuck ist der auch ein neuner? der hat gepostet offen so kann ich was geht denn jetzt? oh, kommt ich bin bei Geri rein boah okay, hier ich hab ein unser sehr gut dann gehen alle mal reden gehen alle mal bitte auf den der ferns verstärkt zu sein warte ich nix den 10 19 ach kannst du eine Attacke? ach, ich hab nur 100 Millionen krass ich krieg mal irgendwie schnell los hier Tor bei 635 ja, ist unser, okay mein Attacke-Boot ist ausgelaufen ich kann zum Glück noch eine Attacke vorher rein mhm ja, rechts sind die, die rausgeflogen sind hier ziehe ich aber nix mehr waren aber ja, nur 82 Millionen, also perfekt haben wir Glück gehabt oh, mein Arzt wird noch da, 10er ich nehme den schon ja ich nehme den nächsten ja offen boah, hängt das Spiel, Alter, ey der nimmt überhaupt nichts an jetzt oh, nee sorry aber, da kann ich jetzt nicht raten ja, das ist auch unser neuer Benchmark hier hatte ich auch noch nicht, das musst du dir einrahmen ja mit 470 das ist doch schon gut auf den gehen wir zusammen ja, ich hab aufgemacht mal einen Klick immer daneben ich werde Panne, ey wer ist denn jetzt noch hier da, doch boah so, fehlt immer noch ne Attacke ja, perfekt und der will so, ich füge los und go oh, scheiße, jetzt seh ich wieder nur deine Attacke ist zum Kotzen echt Klick unten rechts ja jetzt, weil da kommt läuft 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 müsste jetzt deine sein wenn die zurückkommen ne dann nochmal Gary, dann Attacke war, war glaube ich nicht ne, nicht unser kommt recht ab wir sind aber 11er sehe ich, ich hab auch oben links Alter, ich muss jetzt das geht gar nicht, ne? so neunig uiuiui warst du das? das war ich super kam aber auch nur 2 Millisplitter also nur ja, quit freu dich, dass du Splitter bekommen hast hast du keine gekriegt? ne, aber andere nicht nicht in Attacke waren so, der hier wird sogar verstärkt ich poste ich bin woanders ach 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 du bist fahren das? okay das braucht ziemlich lange wenn die rechnen, ne? ja, sehr sogar ja der Große läuft ich mach jetzt keinen Großen mehr ah ja, im Stress das Spiel extrem ja, es hängt, ne? bei ihm irgendwie so ja ist trotzdem aber keine Lösung dann einfach aus dem Clan zu gehen so, äh, sind wir alle in demselben hier, ich geh auf meinen drauf da kamen Attacken ich hab einen wie, du hast einen? der ist platt oh, sehr gut hier, äh, den anderen wo hast du noch? eben die 139er, ja Gerrit, wenn du da auch drauf bist, dann Attacke bitte da kam der Attacke, ja? jo, deswegen der ist weg, ne? sehr geil der ist weg, ne? ja, ja, hat Gary bekommen sauber A12er seh ich nicht vielleicht ich ist ja perfekt ja, oh, warte, ich poste jo, gerne, den nehm ich sofort will, zur Sicherheit auch ist nix reingegangen in den mhm, direkt Attacke aufmachen offen wenn voll, dann rein wenn wirklich voll boah, ist das ein Lärm, das Schwede ich hab den leider nicht so, brennt achso, du warst auf den anderen ja achso alter Schwede scheiße der ist weg ja von Mietwal ist der dritte eben 3,6 bekommen ja der brennt ach feiße ja, das pränglichste wird verstärkt sein hier alle bitte auf den ja ja, ja, ich laufe noch, ich warte auf euch wo sind eure Attacken ja, ich bin bei dir mit unserer Attacke drinnen ich sagte doch eben als OS-Statter bitte immer eine eigene ach man ey hab ich eben noch extra gesagt wozu kommst du meine Attacke wenn wir deine Attacke brauchen so bitte eine eigene so bis ich ich die haben wir werden bis zwei Attacken gekommen sind das ist eine wir ziehen da nur raus macht jemand mit einer us die ganze zeit nur ich bin hier mal hier kann hier brennt ist unser waren das jetzt alle doch das muss jetzt alles sein ich sehe nichts mehr so die zweite Turmrunde für alle und die erste für mich ich war auch schon nicht da der ist jetzt schon wieder nicht da so kleinen Moment bitte ich glaube 1er sind jetzt alle weg auch keine mehr gerade meine Maus sich kurz abgemeldet ich dachte schon sehe ich leider nicht einfach putze weg putze alle weg ich habe keinen Bus mach nur hin ich sehe nichts ich habe einen gepostet ja ich nehme ich habe jetzt mal praktisch mal gucken ich war da ist ja noch einer ich sehe die jetzt ach das warst du okay wir sind beschäftigt noch mit der Messade die Dippen aber ist glaube ich auch das Königreich was alles verloren hat oder ja da sind die sind schwach glaube ich 17 mal verloren der Zweier sind weg oben auch ja alle okay ja das sind die die alles verloren haben also da mache ich mir keinen Kopf ich sehe keine Dreier doch ich ja dann hau weg der ist schon weg krass wurde gerade erst gezeigt einen habe ich hau weg hau weg hau weg achso ah okay ich habe da gar nichts so der ist weggesprungen natürlich so im Moment Vierer sind immer noch nicht da posten wenn jemand sieht ja ob man hier machen wir ja selber noch genau genau okay A4er sehe ich links wenn ich meine bei mir wird noch 3er gezeigt also ich sehe gar nichts das ist ja auch was so mein Vierer sehr gut dann kriege ich noch einen ja da ist es gerade weg so Vierer OS ja ja Vierer sind wohl alle weg Vierer gerne posten ja warte ich mache offen meine auch bitte beschleunigen und unser ich muss auch auch unser sehr schön sehr schön 6er sehe ich ganz links den nehme ich ich sehe keinen 6er bitte posten wenn jemand sieht offen ja sorry einen musste ich leider zurücklassen da glaube ich Legolas äh dass ich noch einen noch da jo der ist sogar noch da sehr gut da geht gerade was hin scheiße ja zwei dinger warte ich breche ab oh ne nicht geklappt was ist denn mit euch los ah jetzt ist schade interner fehler what the fuck ja ich habe schon losgeschickt als ich direkt losschicken konnte aber da waren welche leider schneller für den 6er mal hier alle 6er sind weg oh hier ich nehme offen rein 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 bitte beschleunigen unbedingt beschleunigen ich komme nicht rein dann posten wenn du noch einen siehst ah der ist weg der nimmt ein paar klicks von mir gar nicht mehr naja das ist ach da sind da ja wenn ich einen sehen würde ne so offen jerry beschleunigen sofort bitte beschleunigen das wird unser jo hinteren der ist noch ah gerade weg schade gerade weg ah der ist auch weg neuner posten ja bin ich dabei wenn jemand sieht den nächsten aufwusten versägen wo er nicht reinkommt offen das ist unser schade da geht schon was hin egal trotzdem probieren ja der ist weg kack ja gerade gesehen scheiße warte ich poste gleich den nächsten ist noch einer da ja der einstück entschuldigung ich wollte gerade sagen ein Stückchen weiter unten hatte ich gedacht war noch einer 10er sind da ich sehe nichts gerne posten mach doch Attacke verklickt ist an ach so rein 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 dann breche ich ab gerne posten wenn noch jemand findet ich sehe nichts der ist unser sehr gut yes ja offen go go beschleunigen leute der ist weg ich habe hier an ist unser ich sehe den einfach sehr gut offen welcher so oben oben ja welche nimmst du unten okay dann bin ich gleich den rechten das war unser sehr schön rein 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 offen da geht was hin da ist auch uns sehr schön der ist weg ich spreche ab zwölfer machen wir schnell zusammen ganz oben den ersten wenn wir finden ich sehe keinen ich auch noch nicht gerne posten wenn wer kann und wenn wir sofort los schicken da geht schon was hin ja unser sehr geil wo ist die nächsten offen komm 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 geht schon was hin ich schicke und 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 ah ah keine ahnung spiel ist abgebrochen du hast auf jeden fall 1,4 millionen splitter gab es ja du hast den weg gehauen war unser war unser ja sehr gut ne ne einer ist noch einer ist noch es sind immer drei auf karte sehe ich keine mehr okay werden nur zwei angezeigt auf karte alter das wäre krass ja mann wir waren wirklich die anderen haben schneller losgeschickt und sah aus als wenn die er da sind aber geil du hast noch eine attacke offen schnell wieder zurück zu der messer da noch ein bisschen weghauen mhm ist ja auch nix wir gehen auf jeden fall an uns die runde definitiv wir haben ja zwei 10er zwei 11er zwei 12er was ich geil finde ist dass noch türme bei uns zu hause offen sind ja ich hoffe auch schön so ab vormittag oder so da sind die meisten von uns haben dann richtig geil dürfen drei märsche sind in den ganzen tag poste mal noch mal bitte die position von den links so dann würde ich mal sagen das war die tauerrunde wir stören den gegner jetzt obla tschuldigung im sh def dann sehen wir uns später da habe ich noch mal bekommen sehr gut den am besten auch mal aktivieren weil die jetzt gleich auch angreifen 500er schutz ja sehr gerne sehr sehr gerne habe ich auch an habe ich leider keine schreibst du was wegen 500er habe ich eben schon aber ich kann noch mal er hat kann gern 500 prozent nutzen bis jetzt sind es 246 jahre ist ja noch einer acht stück bis jetzt also einer kommt noch einer kommt leute bei durch dass sie wenn es hier geht noch sieben minuten gesundheit danke mal gucken ob das wieder so eine geile der führt wie in der letzten vier hast du aufnahmen ja t wer hat attacke gestartet von denen wer oder diese lacy bär oder wer ähm lacy hatte ich eben noch gesehen die machen eine zweite mal gucken diese commander italien commander der macht auch zwei stück vier sieben ja sollten gerade so maximal zwei zusammen bekommen außer die machen noch mit doppel hält aber mein gruppenschaden ist abgelaufen wie viele sind drin ja das sieht gut aus bereitet schon mal so einen klick vor um was nachzuschicken so dass ihr nur noch auf absenden müsst und dann beschleunigen da kommt fünf minuten habt ihr noch attacke die warten bestimmt mit absicht die können uns die checkpoints dort nicht da kommt irgendwas das ist das da von unten da schickt er was rein ja aber es waren 500.000 platz was sind denn so wenige freier 210.000 ok ja Einsatz ist alles so da sind immer noch die gleiche Anzahl kommt schickt los jetzt ich bin mir sogar fast sicher die könnten sogar echt den ersten platz machen wo bis jetzt ich glaube die sind bis jetzt echt in der Führung aber ich meine die haben auch eine falle gestellt und sind weggehauen worden ich gehe davon aus T7 da hat ja eine Stadt gebrannt von denen direkt am ersten Tag das Witzige ist von Bo hatten wir die Anfrage bekommen ob wir nicht auch mit dem Punkte tauften ja okay habe ich lachend abgelehnt ja so wird es scheiße ja also wenn gewinnen wir richtig sind solche absprachen nicht eigentlich auch verboten ja ja klar aber wie willst du die nachweisen genau ja geht gar nicht du musst ja den Chatverlauf festhalten und dich selbst quasi verpetzen hält dich selbst ja nicht außer du schreibst ja okay naja Leo ist auch dahin gesprungen warte mal jetzt müssten der eine hier ist weggehüpft sind die anderen auch da 1 2 oh Attackenbus haben muss ah nee brauche ich ja nicht brauchst du gerne ich habe nur gesehen abgelaufen schnell aktivieren komm zweieinhalb Minuten kommt Leute Attacke jetzt ich sag die Barton mit Absicht ja schreibt IronSide auch gerade das wäre echt assi bei den anderen greifen die sofort an ja okay paar mehr sind jetzt UN ist einer hin ja UN ist auch hat schwirniert wahrscheinlich war durch Schritt fallen lassen diese Fufu na arbeiten die beiden zusammen na die werden nicht bei dir ich nachdem sie rausgehauen wurden glaube ich nicht ne wenn Bo uns sogar schon anfragt so ja dann kann ich mir gut vorstellen dass sie es bei denen auch gemacht haben der schickt auch rein genau Italien da hat er bestimmt gerade geschimpft wieder bestimmt wie hier auch beschleunigen mhm ah die Gefänglichkeit ging ja noch das waren ja drei Sekunden weil manche bei uns lassen ja wirklich so sieben Sekunden instant durchlaufen oder elf am besten sind ja die wo dann zwei drei Minuten so von Grund aus laufen weil die irgendwo da rumstehen und dann lassen sie erstmal 20 Sekunden laufen und dann kommt die Beschleunigung bis auf bis auf sieben Sekunden und die letzten sieben Sekunden die werden nochmal ganz langsam ehrenhaft davon getragen da denke ich auch immer nur really das ist nicht völlig daran weil die nur Sekundenbooster haben oder weil die alle denken ist vorbei alle austesten wollen wie lang ist dies Zündschnur das eher was denn 50 Sekunden noch und ja warte mal bin ich jetzt Banane Truh warum stehst stehst du stehst in der Clanfestung ne hört sein was nein das ist ein Fehler ist der Clanfestungs Bug boah ist ja furchtbar alles boah die warten echt die anderen haben sie so rausgehauen ja die die haben das bestimmt mit Absicht gemacht einmal für das Event und natürlich oh jetzt kommt jetzt und nachschicken direkt nachficken 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 drin 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 ich habe ein bisschen verloren aber noch nicht zum Austauschen ja von denen kommt auch jetzt oder wird ne so ich habe jetzt sechs drei Attacken oh ne das war ein oh jetzt wieder oh ja hier überprüfen kommt noch eine beschleunigen Leute jetzt geht es hier los ich wollte gerade ne Zigarette anmachen go 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 beschleunigen das war auch bo also die nächste SH bauen wir näher dran an den Pop ne ja ja oh aber ein paar gute Punkte haben wir auf jeden Fall gemacht wir haben noch 30 Millionen Platz ich bin mit Doppelheld drin ich bin auch mit Doppelheld drin ich auch aber ich bin gerade nicht reingekommen mit meinem Hauptmarsch okay dann einmal ich kann mal 1,5 rausziehen ich bin raus ja wie viel brauchst du denn äh Rooney groß klein ich bin schon drin achso so 4 Millionen haben noch Platz so dann was ich schick meinen dritten Helden los okay so jetzt gucken wir mal wie viele Pluspunkte wir gemacht haben also hier ab da ging es los hier haben wir einen Plus von wer schickt denn bitte T4 bestimmt Freya oder so keine Ahnung nur diese kleinen ne ne Freya hatte nur 200.000 drin keine Ahnung ähm zumindest ziehen wir mal eben eine Million ab 60 50 Millionen Plus hier ähm ja 47 also 97 97 hier 50 wieder das sieht gut aus ja also das war das 47 äh 147 und hier 32 179 Millionen T7 Plus seltsam ist dass sie alle jetzt die Schille unten haben ah da kommt noch jemand dazu aber wir haben noch eben 8 Checkpoints bei Entschlossenheit gemacht sehr schön ja weil sie so langsam waren ja na gut viele Zeichen gibt es ja auch nicht ne ne so aber sie haben uns nicht rausbekommen oh Kalex Fiko was geht da hin ach der hat die Attacke abgebrochen ähm ne der kommt raus oder ne Quatsch ne geht's ne ne die haben abgebrochen oh und wir haben irgendwas hier gerade bekommen Sieg im Wettstreit wir sind Platz 4 uhu wird ja immer besser hier ja aber das gibt so wenige Abzeichen bei dem Event dass sich das nicht mal wirklich lohnt dass das Event so heißt oh wie gemein ja achso da hab ich mich eben verlesen oh schade aber immerhin ein Geschenkengaul guckt man nicht ins Maul 5 Runden ich hätte jetzt mal gesagt äh das sind 5 mal äh große Booster ja da kommt ABC Devin kommt auch am Gespün ok rechts auf 15 Uhr aber das ist ja der Fall in A10 ne ja mal gucken ob UN UN kommt mir auch bekannt vor hatten wir die nicht mal irgendwo ok The United Front die sagt mir auch irgendwas so namentlich CVC KVK oder so oder in äh oder auch mal in der FUV das weiß ich echt nicht oh ist ja faszinierend mein Sohn sagt gerade der möchte diesen Monat kein Taschengeld nein 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 sofort nein 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 vier Monate ah ok oh bitte lass mich das auch auf YouTube nutzen können mitten in seinem Stimmbruch nein das kannst du doch klippen nee nee äh klippen geht ja nur auf Twitch aber ich kann das eigentlich so rausschneiden da kannst du ein Mehmet rausbasteln nein 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 Leute ihr müsst beschleunigen nein wir gewinnen das Event nein oh kann dein Sohn das nochmal machen ach die Situation die ergibt sich öfters mal am Tag perfekt du kriegst nichts zu essen so hier würde ich einmal die Aufnahme beenden bevor das noch härter wird für den armen Sohnemann ja kannst du bitte Frehe schreiben die soll bei der Märsche rausnehmen und mit dem Hauptmarsch reingehen die steht mit 1680 mit Hauptmarsch und Doppelhelden 5 Millionen noch also ist so Quatsch ähm mach ich sofort ähm so die Aufnahme beende ich erstmal wenn es hier wieder mit Action weitergeht dann schalten wir wieder dazu jetzt so jetzt sind die UN 129 an der Reihe bis jetzt sehen wir zwei OSes wollen wir mal gucken hey Helheim hat mir wieder vier große Booster geschenkt was und schon haben wir einen Mitglied weniger warum hab ich denn hier so System nach naja ich muss jemanden entfernen auch zwei gekriegt das ist auch schon mal gut hm okay zwei ist so der ja das geht durchschnitt mit dem ich leben kann hm aber vier das ist schon Angeberei hm 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 mein 500er Booster läuft in 8 Minuten aus die sollen mal Gas geben eh und ich muss pinkeln auch noch na jetzt geht nicht mehr ich starte auch mal eben ganz schnell ich muss auch dringend äh für kleine Jungs nur noch zweieinhalb Stunden wenn die Luft schicken bitte freien mach mal Lautsprecher richtig auf laut ich hab keine Lautsprecher ich hab Headset wir brauchen andere Stühle ja mit Loch drin oder was ja der gibt mir doch ein Krankenhaus ich hab ein Eimer unter mir und ihr ja so jetzt haut rein U N 1 2 9 was ja ja sieht so aus nochmal bitte die haben sich abgesprochen wahrscheinlich die haben vorhin auch die Ursus gleichmäßig geschickt meine ich gleichzeitig oder die warten wirklich nein nein eben war äh nur Bo ah ok eben war nur Bo das hatte ich schon kontrolliert hier ah ok so meine Booster laufen auch aus die sollen mal hin machen dann schreib die mal an ja sag mal die deine Booster laufen auf mach mal hin mach mal hin bitte ich hab wir müssen aufs Klo und ich muss aufs Klo genau das ist auch noch gut ich schreibe meine Booster laufen in einer Minute aus wer schickt denn bitte T6 hier wer muss ja immer T6 abhauen ähm Berner Bär kann ich auch ja ja aber dann sollen die Bescheid sagen ja Kommunikation A und O das hatten wir heute Nacht ne ja das hatte ich auch in dem Video ja aber solche Aktionen kosten auch die anderen einfach viel weißt du ja ja weil wir alle mit T7 reingehen wie die Helden und da kommt einer mit T4 oder T6 und versaut alles das ist Kacke das Schlimme ist ich hab leider nicht ganz viel Zeit mein Pärchen will dass ich mit einkaufen ja musst du sie allein schicken hab ich auch gemacht ne geht nicht ich äh schlaf sonst auf dem Sofa und zweites Black Angel ist auch mal schön ist mit T6 drin Black Angel ja Kommunikation und sie war wohl die ganze Zeit AFK ja wir wollen Popdeffen und dann kurz nicht aufgepasst kurz ist gut ist schon 15 Minuten her du kurz nicht aufgepasst das ist so der berühmte Sekundenschlaf heißt das nicht Narkolepsie bin am kochen und essen dann sag doch Bescheid hat er vorhin geschrieben ja hat er vorhin geschrieben ja oh oh okay dann sorry lesen T lesen irgendwann kommt das immer wieder zurück verdammt so die sollen jetzt nicht lang fucken die sollen mal hinne machen die warten wahrscheinlich dass sie drei Attacken zusammen kriegen dann würde ich eben noch mal die Aufnahme weg machen hey meine Lieben so wir wurden jetzt einmal vom Gegner rausgehauen weil die Boos sich mit den jetzt sind die schon wieder weg mit den Unis zusammengeschlossen haben und fünf Attacken auf uns gejagt haben und die fünf da hat uns leider rausgehauen aber dennoch hatten wir dadurch ein Plus von 90 Millionen T7 aber ich wollte euch mal hier kurz zeigen hier der hat auch schon einiges an Einfluss abgebaut denn unsere Kindergartenkinder hier auf dem oder aus dem Königreich wollen einfach mal den Gegner Punkte schenken er greift jetzt glaube ich schon seit 15 Minuten den Kollegen da an man sieht von 284 schon auf 206 ja wenn er meint dass das so viel bringt dann soll er das mal machen aber da sieht man einfach so Kindergarten anstatt dass sie ihren Kopf benutzen und so denken ah von den Siegesbelohnungen profitieren wir ja auch aber das setzt einen gewissen IQ voraus also von dem her soll er sein Geld da gerne mal verschwenden hat er auch das andere positive er verliert mal seinen Einfluss hier also kann er gerne weitermachen so ob Bo jetzt hier noch angreift glauben wir mal nicht denn hier die Unis haben sich auch komplett zurückgezogen so da hatte ich verteidigt ich glaube genau hier war das ah hier vier Attacken keine fünf sorry hier da haben die Unis haben drei Attacken gemacht und Bo zwei hinterher und die vierte hat uns rausgehauen so das war die erste hier die zweite auch noch sehr gutes Plus die dritte Attacke hat uns auch noch nicht rausgehauen leider aber wenn diese hier aber wenn man alle zusammen zählt haben wir immer noch ein gutes Plus wenn man sogar die Attacke hier die Bo jetzt erfolgreich hat mit den anderen die sie verkackt haben berechnet haben wir immer noch ein Plus von 120 Millionen T7 alleine gegen Bo also von dem her ja bloß jetzt eine sehr erfolgreiche Pop-Verteidigung dann wollen wir mal sehen wie es läuft später kommt auch unsere SH-Dev dazu da bin ich mal sehr 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 gespannt wie die ablaufen wird und vor allem wie das Endergebnis ist weil ich kann wirklich gerade null sagen welchen Platz wir sind wirklich null bei unserer eigenen Verteidigung zu Hause waren wir leider nur sechs oder sieben Leute wir haben zwar 66 T-Punkte noch mitgenommen aber natürlich deutlich zu wenig deutlich deutlich zu wenig deswegen sehr sehr schade aber goodie so genau Gary hat jetzt seine Pose eingelegt genau kommt bald wieder aber ja in dem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute und bis bald Gary wirklich ein sehr lieber Typ natürlich an die anderen die eine Pause eingelegt haben durch die ganzen Plarium Bugs und 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 auch erstmal alles Gute und hoffentlich bis bald an der Stelle also wir sehen uns dann später nochmal wenn es im SH losgeht so meine Lieben leider etwas verspätet wieder weil ich die letzten Tage echt wenig Zeit hatte ähm ja wir sehen leider das Fury Ergebnis nicht mehr aber ich kann euch das so sagen wir sind leider dritter geworden ja später hatten sich beide Clans noch gegenseitig Punkte gegeben was ich schon ein bisschen schade fand aber es ist ja auch eine gute ein gutes Zeichen für uns ne wir wurden ja auch angeschrieben mit hier ich weiß gar nicht ob ich das überhaupt noch hier angezeigt bekommen äh genau I think we can help each other in this event ja von 129 ähm ja ich glaube das war ja mit äh wie heißt der Clan Bruno oder so ach so ja das war von unserem äh CVC Gegner ne also ähm wir wurden schon angefragt äh ob wir nicht Punkte taufen möchten was wir abgelehnt haben oder auch nicht eben beantwortet haben ähm und da haben sich dann eben diejenigen wohl zusammengetan sich Punkte hin und her gefroben was ich aber äh sehr als Kompliment nehme weil beide hatten ja eine perfekte Statistik in Sachen Fury 17 zu 0 gewonnen und äh beide wollen jetzt ein Erster und Zweiter aber 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 nur mit einem ganz kleinen Unterschied ich glaube von 40 T-Punkten also von dem her ähm muss ich sagen waren wir nicht schlecht auch wenn äh man bedenkt dass wir nicht äh allzu viele waren alleine bei unserer Turmrunde waren wir ja glaube ich nur 5-6 Leute oder so ähm da kann man natürlich nicht wunderbar verteidigen also da war nicht unser bestes Fury aber es hat äh auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm ja wir sehen einfach das nächste Fury wieder an und jetzt sind wir gerade dabei in der Clan-Schlacht steht es leider noch 5 zu 0 warum ich habe heute morgen was probiert leider 40 T1er zu wenig getötet aber das ja das kriegen wir glaube ich mal ganz gut wieder hin nur makabers unser Gegner hatte 8er-Türme noch mit ins CVC genommen und deswegen diesen Punkt hier der wird wohl wegbleiben 21 T-Punkte zu machen ist äh eine zu hohe Geldverschwendung deswegen gucken wir mal dass wir vielleicht einen von den beiden Punkten hier mitnehmen ansonsten konzentrieren wir uns auf die Kampfpunkte lassen wir uns mal überraschen also ich hoffe euch hat das Video gefallen und ähm ja ich versuche mal ein bisschen mehr Zeit wieder freizuräumen damit ihr auch die Statistiken hier seht aber leider habe ich nicht dran gedacht es tut mir leid wie lief euer Fury meine Lieben wurdet ihr erster, zweiter, dritter oder vierter was fandet ihr gut in der Runde was fandet ihr schlecht also was ich gut fand ähm es gab deutlich weniger Probleme wie ich finde ähm seid ins Klarium jetzt vom Server her ähm ihr könnt mir da mal eure Seite erzählen fandet ihr es äh schlimm oder schlimmer als sonst oder doch viel besser als vorher mit der Stabilität der Server und dann würde ich mal sagen sehen wir uns im nächsten Video noch mit der Stabilität die Untertitelung des ZDF, 2020